Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Elden Ring Video. In diesem Video zeige ich euch alle Invader, die es im Spiel derzeit gibt und wo ihr die einmal finden könnt, beziehungsweise wie ihr die finden könnt und was ihr als Belohnung bekommt, wenn ihr diese einmal besiegt. Denkt bitte daran, dass viele dieser Invader nicht mehr auftauchen, wenn ihr in der Gegend die Hauptbosse erledigt habt, beziehungsweise für viele Invader müsst ihr gewisse Quests verfolgen, damit diese einmal spawnen. Ja, als erstes haben wir einmal den rasenden Alberich. Diesen Invader bekommt ihr einmal in der Tafelrundenfeste. Ich habe das teilweise am Anfang von meinem Playthrough gemacht. Ich habe das auch am Ende, nachdem ich den Endboss gemacht habe, noch gemacht. Also, dieser Invader sollte immer für euch verfügbar sein. Ihr müsst einmal in der Tafelrundenfeste hier über den Balkon springen und dann Richtung Tür laufen. Und dann wird Alberich einmal spawnen. Ganz wichtig ist, ihr müsst einmal abwarten, bis ihr seine Geste, die ehrfürchtige Verbeugung einmal gemacht hat und ihn dann erst besiegen, denn nur dann bekommt ihr einmal eben diese Geste. Wenn ihr das nicht macht und ihn besiegt, bevor er einmal die Geste abgeschlossen hat, dann könnt ihr das Ganze nur in einem NG Plus machen. Als nächstes haben wir einmal Encha. Damit Encha spawnt, müsst ihr einmal ein Teil vom geheimen Haligbaum-Medaillon haben. Dann holt ihr euch das entweder von Albus in Lionia oder von Commandant Nile im Berggipfel der Riesen. Wie gesagt, ganz wichtig ist, dass ihr nur einen Teil davon habt. Und dann, nachdem ihr das eine Teil habt, einmal zur Tafelrundenfeste zurückreist. Und dann ist die Tafelrundenfeste dunkel. Und Encha wird spawnen, besiegt ihn einmal und ihr bekommt eine greifende Knochenhand. Und danach spawnt ihr einmal wieder in der normalen Tafelrundenfeste und geht dann in Richtung Studierzimmer. Vor dem Studierzimmer findet ihr dann einmal den Helm des Totenkönigs, die Rüstung des Totenkönigs, die Stolpen des Totenkönigs und einmal noch den Beinschutz dazu. Als nächstes kommen wir zu den Limgrave-Invadern. Wichtig ist, dass ich die ganzen Haus-Vulkan-Missionen einmal später zusammenzeige. Dementsprechend haben wir in Limgrave einmal den Nerius, den Blutingfinger. Den findet ihr einmal auf dem Weg zur Trübflushöhle. Und wenn ihr ihn besiegt, bekommt ihr einmal die Waffe Reduvia. Dann gibt es noch Lekosant Hendrikus. Den gibt es auch in Limgrave beim Kolosseum. Wichtig ist, wie gesagt, dass ihr hier in Limgrave die meisten Hauptbosse noch nicht besiegt habt, damit dieser spawnt. Wieder müsst ihr auch hier einmal her, wenn ihr Haus-Vulkanen macht. Dort bekommt ihr auch eine Invader-Mission hier. Dann spawnt Hendrikus nicht mehr, soweit ich weiß. Beziehungsweise hatte ich ihn noch nicht spawnen. Also macht das Ganze am Anfang vor eurem Game am besten. Und wenn ihr einmal Hendrikus hier besiegt, bekommt ihr den Hammer-Talisman. Ja, als nächstes gehen wir nach Caelid. Und als erstes gehen wir in Caelid zur schwelenden Kirche. Hier habt ihr einmal Anastasia, Verschlingerin der Befleckten, Nummer 1. Es geht insgesamt dreimal die Anastasia. Das ist die erste. Und wenn ihr die hier besiegt, dann bekommt ihr einmal den heiligen Scorpion-Talisman. Als nächstes im Caelid-Sumpf könnt ihr einmal gegen Millicent kämpfen. Es hat hier keine Auswirkung auf Millicents Quest, wenn ihr den Invader hier besiegt oder nicht. Wenn ihr sie hier einmal besiegt in der Mitte von dem Sumpf, dann bekommt ihr einmal eine Sacramentsknospe. Goldene Rune 3, 5 und 10. Und dann gibt es in Caelid noch drei Duellantritter des Großgefäßes. Um zu dem Ort zu kommen, wo ihr einmal gegen die drei Duellantritter kämpfen könnt, müsst ihr als erstes einmal den Untergrund frei haben. Und zwar müsst ihr einmal nach Siophtra gehen. Und dort im Norden gibt es einmal einen Aufzug. Wenn ihr diesen Aufzug benutzt, dann kommt ihr in Caelid heraus. Und zwar so ein bisschen zwischen der Schlucht, aber auf einer Erhöhung. Also es gibt keinen anderen Weg, um hierher zu kommen, soweit ich weiß. Und wenn ihr dann den langen Weg einmal nehmt, aus dieser Schlucht heraus, dann findet ihr hier am Ende drei rote Rufzeichen. Und dort könnt ihr dann gegen die Duellanten kämpfen. Ihr habt einmal hier den Prompt zu reden. Bei mir ist aber hier kein NPC oder so, das ist alles unsichtbar hier vor dem Kolosseum. Ruft hier einmal die Duellanten. Und ihr könnt einen nach dem anderen machen und die gleichzeitig rufen und besiegt die einmal. Und am Ende erhaltet ihr dann das Arsenal des großen Gefäßes. Als nächstes kommen wir zu den Invadern in Lyonia. Hier haben wir als erstes die Assassine des Rabenhorsts, Glutiger Finger. Den Invader gibt es einmal neben der Akademie auf der Brücke. Und ihr könnt diesen Invader nur besiegen, beziehungsweise einmal gegen diesen Invader kämpfen, wenn ihr Judas Quest macht. Und ihr müsst Judas Quest machen, bevor ihr beim Berggipfel der Riesen angelangt habt, denn ansonsten gibt ihr Judas Quest komplett bis dahin. Wenn ihr einmal diesen Invader besiegt, bekommt ihr einmal die Kriegsarsche Nebelraptor. Als nächstes haben wir einmal Edgar den Rächer. Das ist wieder ein Invader, den es nur gibt, wenn ihr einmal eine Quest verfolgt. Und zwar müsst ihr einmal Hayatas, beziehungsweise Irinas Quest verfolgen. Und im Verlauf der Quest müsst ihr dann einmal Edgar den Rächer besiegen. Und wenn ihr ihn dann in Lyonia besiegt habt, bekommt ihr einmal eine Schabriri-Traube, die Hellbade der Exilretter auf Plus 8 und einen rohen Fleischklops. Als nächstes haben wir den Eiter, den Fingerabdruck Vike. Der ist auch Teil von Hayatas Quest. Am Gegensatz zu Edgar kann Vike auch spawnen, wenn ihr Hayatas Quest nicht verfolgt. Ihr müsst nur einmal in Lyonia zur Kirche der Inhibition gehen. Und vor der Kirche werdet ihr dann einmal von Vike angegriffen. Wenn ihr ihn einmal besiegt, bekommt ihr die Fingerabdruck-Traube und Vikes Kriegssperr. Dann haben wir einmal den karianischen Ritter Moongrum. Den findet ihr in Lyonia in der Akademie, einmal bevor ihr mit dem Aufzug zur Renale nach oben fahrt. Das ist hier einfach ein NPC, der eben den roten Namen hat. Und wenn ihr den besiegt, dann bekommt ihr einmal das karianische Ritterschild. Als nächstes kommen wir zu Präzeptorin Miriam Nummer 1. Und zwar befindet sich die in Lyonia im karianischen Lehrsaal, wenn der normal ist. Geht einfach hier rein und ihr seht einmal Zauberer, die sich mehr oder weniger die ganze Zeit weg teleportiert. Wenn ihr die einmal besiegt habt, bekommt ihr magischen Platzregen. Und dann geht es weiter mit Präzeptorin Miriam Nummer 2. Und zwar ist es wie im karianischen Lehrsaal, aber dieses Mal müsst ihr den umdrehen. Und das könnt ihr nur machen, wenn ihr Rani's Quest verfolgt, bis ihr euch einmal die Statue gebt, damit ihr das Ganze umdrehen könnt. Ihr geht dann wieder durch den Lehrsaal hindurch. Dann findet ihr wieder einen NPC mit roten Namen. Das ist wie gesagt einmal Miriam Nummer 2. Und wenn ihr die besiegt, dann bekommt ihr einmal Klarheit. Dann haben wir einmal in Lyonia noch Blythe, den Halbwolf. Den kennt ihr bestimmt von Rani's Quest. Aber ohne dass ihr ihn angreift, werdet ihr auch gegen ihn kämpfen müssen bzw. können. Und zwar ist es am Ende von Rani's Quest. Ihr müsst Rani's Quest komplett einmal abgeschlossen haben und zu ihrem Turm zurückgehen. Dann wird Blythe einmal vor ihrem Turm sein. Jedoch ist er jetzt nicht mehr lieb und nett, sondern er ist feindlich. Und wenn ihr ihn hier einmal besiegt, dann bekommt ihr einmal das kündigliche Großschwert, Blythe's Rüstung, Blythe's Stülpen und den Beinschutz. Nur kurz angemerkt, falls ihr auch den Kopf von Blythe wollt für die komplette Rüstung, dann müsst ihr einfach zu Selowiss' Turm gehen und einmal hochgehen mit der Leiter und einmal im Turm die Leiter nach oben nehmen und dann hinter den Turm einmal rausspringen auf diese Steinmauer. Dort findet ihr einmal den Kopf, falls ihr den sucht. Als nächstes kommen wir zum Dunkfresser in Laiendell. Und ihr invadet euch einmal hier neben Laiendell am See. Und zwar ist das Ganze ein Teil von der Quest vom Dung-Ether. Und es passiert nur, wenn ihr eben Dung-Ether's Quest bis hierher verfolgt. Besiegt den Dung-Fresser einmal hier am See und ihr erhaltet Milos' Schwert dafür. Dann haben wir einmal Eleonora, Violetter, blutiger Finger. Und zwar findet ihr diese im Altus-Plateau bei der zweiten Kirche von Marika. Ihr müsst dafür einmal Juras' Quest verfolgen, bevor ihr einmal die Berggipfel der Riesen betretet. Wie gesagt, ansonsten wird Juras' Quest eben bis dahin geskippt. Aber auch wenn ihr Juras' Quest nicht gemacht habt, solltet ihr, wenn ihr einmal schon bei den Berggipfeln dann wart, zur zweiten Kirche von Marika gehen können. Und dann solltet ihr Eleonora einmal spawnen. Und wenn ihr sie besägt, bekommt ihr Eleonora Stangenwaffe. Als nächstes haben wir Amalei Marais Castellan der Schattenburg. Wenn ihr einem im Altus-Plateau zur Schattenburg reitet, dann geht einmal ganz nach links hier zum Abgrund. Beziehungsweise, ich glaube, das ist so eine Art Friedhof. Und dort wird dann einmal Amalei sein. Und wenn ihr einmal diesen NPC besiegt, bekommt ihr Ameisenstachel Rapier, Maske der Marais und die Rove der Marais. Als nächstes kommen wir zu den Invadern, die es in Mount Gelmir gibt. Hier gibt es einmal Anastasia, die Verschlingerin der Befleckten Nummer 2 jetzt. Ihr müsst dafür einmal zu der Hütte mit Leichengestank gehen, einmal im Gelmir. Reitet einfach von der Brücke vom Altus-Plateau aus, bis ihr einmal diesen Ort erreicht. Und wenn ihr sie besägt, bekommt ihr einmal das heilige Fleischermesser. Als nächstes müsst ihr einmal zum Hausvulkan kommen. Entweder nehmt ihr den weiten Weg von Gelmir selber herum, um nach Hausvulkan zu kommen, oder ihr macht kurz Rias-Quest am Anfang, um zum Hausvulkan zu kommen. Aber wenn ihr einmal in Hausvulkan angekommen seid, dann geht in den ersten Stock. Und hier findet ihr dann einmal einen Invader, und zwar Inquisitor Giza. Und wenn ihr ihn besiegt, bekommt ihr einmal Gizas Rad. Ja, und der letzte NPC hier in Gelmir oder im Hausvulkan selbst ist einmal Tennisritter. Ihr müsst komplett die Hausvulkan-Missionen abgeschlossen haben und hier einmal den Hauptboss Raikard besiegt haben. Und kommt ihr dann zurück, nachdem ihr mit Tenef einmal geredet habt, wird sie euch sagen, dass sie bald weggehen wird, ladet die Gegend neu. Tenef ist vom Hausvulkan einmal verschwunden. Dann geht zum Bosskampf zurück, also zu der Gegend, und ihr findet dann Tenef dort, die eben Raikard versucht aufzuessen. Sprecht mit ihr, beziehungsweise killt sie direkt. Ihr müsst sicher töten, denn nur dann wird einmal Tenefs Ritter spawnen. Und wenn ihr Tenefs Ritter dann besiegt habt, bekommt ihr Aspekt des Schmelztiegels Hauch, und danach könnt ihr auch Tenefs komplette Rüstung aufnehmen. Ja, dann kommen wir einmal zu Okina, Blutiger Finger. Diesen findet ihr im Berggipfel der Riesen, und zwar bei der Kirche, vorm Feuerriesen. Ganz wichtig ist, dieser Invader wird nicht mehr spawnen, wenn ihr den Feuerriesen einmal besiegt habt. Also geht auf jeden Fall hierher und besiegt Okina, bevor ihr den Feuerriesen besiegt, denn ihr bekommt hier einmal die Blutige Ströme-Katana, also Rivers of Blood, eine der besten Waffen im Spiel, und einmal die Okina-Maske. Dann gibt es einmal noch die Flammenwächter, das sind wieder NPCs mit roten Namen. Ihr findet diese kurz nach dem zugefrorenen See, wenn ihr einmal hier in diese Burg hineingeht. Ihr bekommt aber keinen besonderen Drop von diesen NPCs. Das ist jetzt etwas zu tun. Ja, dann kommen wir einmal zu den Hausvulkan-Missionen. Ihr müsst einmal zum Hausvulkan und Hausvulkan beitreten. Und ganz wichtig ist, ihr könnt alle diese Vulkan-Missionen nur machen, bevor ihr Raikard besiegt habt. Also bitte geht nicht nach Hausvulkan und macht den Endbus weg, denn danach verschwinden so gut wie alle NPCs, die davor im Hausvulkan waren. Und Tenef sitzt auch nicht mehr auf ihrem Stuhl. Dementsprechend schaut, wie gesagt, dass ihr die davor macht. Ja, wenn ihr Hausvulkan beitreten seid, dann bekommt ihr eure erste Mission. Ihr müsst einfach in das Zimmer mit den ganzen anderen NPCs gehen und dort wird einmal der erste Brief auf dem Tisch in der Mitte liegen. Eure erste Mission ist einmal Istvan, der alte Ritter. Den findet ihr in Limgrave beim Kolosseum, dort wo Henrikos schon war. Ihr müsst einfach dann am Boden das rote Rufzeichen aktivieren und wenn ihr ihn besiegt habt, bekommt ihr einmal den Schuppenhelm, die Schuppenrüstung, die Schuppenstulpen und den Schuppenbeinschutz. Dann geht ihr einmal nach Hausvulkan zurück, berichtet Tenef davon, dass ihr Istvan besiegt habt und dann bekommt ihr ins Zimmer einmal den nächsten Brief. Und nun müsst ihr Riley, den Untätigen, besiegen. Den findet ihr im Altersplateau. Und wenn ihr diesen besiegt habt, bekommt ihr einmal die Crefus-Filiole und solchen Bolzen. Bevor ihr einmal die dritte Mission macht, beziehungsweise eben nach der dritten Mission Dreykart besiegt, ist es wichtig, dass wenn ihr Patches und Bernal im Hausvulkan habt, dass ihr mit NPCs sprecht, denn diese geben euch ebenfalls einmal Briefe mit Missionen. Als erstes haben wir einmal den großen gehörenden Tragov. Den findet ihr in Lyonia. Und zwar neben dem großen Lift gibt es einmal diesen, in Anführungszeichen, geheimen Weg. Und dort findet ihr am Ende ja einen Boss, den Malik Lindwurm. Den könnt ihr einmal besiegen. Und wenn ihr hierher zurückkommt, einmal mit Patches Mission, dann könnt ihr hier gegen den großen gehörenden Tragov kämpfen. Ihr müsst natürlich Patches im Hausvulkan haben. Verfolgt dafür einmal Patches Questline. Und ihr bekommt dann nach dem Besiegen von diesen NPC den Ziegenbockhelm, die Ziegenbockrüstung, die Stulpen und den Beinschutz. Ja, und das gleiche gilt dann für den nächsten NPC. Das ist Vagram, der blutige Wolf und der abtrünnige Zauberer Wilhelm. Dafür müsst ihr einmal Bernals Quest verfolgen, bis er eben im Hausvulkan ist und euch die Mission hier einmal gibt. Und ihr geht dann nach Leindell. Und hier findet ihr dann einmal das Rufzeichen, um gegen diese zwei NPCs zu kämpfen. Ihr kämpft dann mit Bernal gegen die zwei NPCs und bekommt am Ende den Helm, die Rüstung, die Stulpen und den Beinschutz des blutigen Wolfes. Ja, und dann gibt es natürlich noch Juno Hosler, Ritter des Blutes. Das ist einmal die Hausvulkan Mission Nummer 3. Den findet ihr dann im Berggipfel der Riesen. Und ihr müsst hier auch wieder das rote Rufzeichen einmal aktivieren, um eben diesen NPC zu besiegen. Ihr erhaltet dann einmal Hostos Blütenpeitsche, Hostos Helm, Rüstung, Stulpen und Beinschutz. Dann haben wir einmal Anastasia Verschlingerin der Befleckten Nummer 3. Und diese findet ihr im geweihten Schneefeld unten beim Fluss. Und wenn ihr sie besiegt, bekommt ihr dann hier einmal einen uralten Drachen Dunkelschmiedstein. Und ein weiterer NPC hier im geweihten Schneefeld ist einmal der Blutadlige. Dem begegnet ihr vor allem, wenn ihr hier durch den kleinen Wald lauft und einmal zum Teleporter wollt, der euch einmal zum Mogwim-Palast bringt. Und wenn ihr die Musik bekommt, ihr einmal die Kapuze, die Robe und das Lendentuch des Blutadlingen. Ja, dann kommen wir zu den Harligebaum-NPCs. Und zwar haben wir hier als erstes einmal Millicent Nummer 2. Wir hatten ja Millicent schon einmal in Kaylet. Und wenn ihr jetzt einmal Millicents Quest macht bis zum Ende, dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr gegen Millicent kämpft oder ob ihr einmal helfen wollt. Und wenn ihr euch dazu entscheidet, dass er gegen sie kämpft, dann wird sie natürlich feindlich. Und wenn ihr sie dann besiegt, bekommt ihr einmal den Runenbogen und Krumpfingermedizin, so wie bei jedem Eintritt in eine andere Welt. Und außerdem bekommt ihr dann einmal Millicents Prothese. Ja, und wenn ihr Millicents Quest macht und einmal Millicent am Ende helft, dann müsst ihr gegen die Schwestern von Millicent kämpfen. Und wenn ihr die besiegt, dann bekommt ihr einmal die verrottende, geflügelte Schwertinsignie. Dann haben wir einmal den Rekussant Bernal. Den findet ihr im zerfallenden Farum Azula. Und ihr werdet diesen NPC Invader nur bekommen, wenn ihr einmal Bernals komplette Questline verfolgt habt. Und wenn ihr ihn hier am Ende dann einmal besiegt, bekommt ihr die blasphemische Klaue, das Flingerzepter, den Helm, die Rüstung, die Stolpen und den Ballenschutz des Besschenhelden. Und ihr werdet den Rüstung, die Stolpen und den Ballenschutz des Besschen, dann gehen wir noch zum Untergrund der Karte. Hier haben wir einmal Unheilvolle Schatten. Das ist einmal ein NPC, der spawnt, wenn ihr Rani's Questline macht. Ihr werdet dann im Verlauf der Quest einmal den Gegner Unheilvolle Schatten besiegen müssen. Wenn ihr hierher kommt, ohne dass ihr Rani's Quest macht, wird dieser Gegner nicht spawnen. Und wenn ihr den besiegt, dann bekommt ihr einmal den weggeworfenen Palast-Schlüssel, welchen ihr weiterhin für die Rani's Quest braucht. Ja, und dann haben wir noch im Mokmen-Palast einmal den weißgesichtigen Varre. Diesen NPC könnt ihr besiegen, beziehungsweise einmal invaden, wenn ihr Varres Quest macht. Ihr müsst dann hier unten einmal das Rufzeichen aktivieren. Und ihr bekommt dann nach dem Besiegen von ihm einmal blutige Eiterfinger und Varres Blumenstrauß. Und dann gibt es hier unten im Mokwin-Palast noch drei weitere Invader, und zwar drei weitere namenslose weiße Masken. Eins, zwei und drei. Die sind alle hier unten in diesem Blutsee, wo diese ziemlich ätzenden Vögel rumlaufen. Und zwar an diesen drei Stellen hier. Nummer eins und zwei lässt nichts fallen, aber die letzte weiße Maske, die hier ziemlich am Ende beim Abgrund spawnt, die lässt euch nach dem Besiegen einmal die weiße Maske selbst fallen, sowie die Rüstung des Feldchirurgen. Bitte denkt daran, dass diese namenslose weißen Masken nur spawnen, bevor ihr einmal Mok hier unten besiegt habt. Habt ihr den Boss in dieser Gegend schon besiegt, dann werden diese Invader nicht mehr spawnen, und ihr braucht einen NG+, wenn ihr einmal diese Items haben möchtet. Ja, und das sind alle die NPCs, beziehungsweise Invader, die es derzeit in Elden drin gibt. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen, und bis dann!